Come up! Uuuuuh! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit... Es ist Elu! Genau, und es gibt heute wieder eine Reaction. Diesmal reagieren wir auf albanische Musik. Also, bei albanischer Musik wissen wir, glaube ich, beide ungefähr, wie sie klingt. Also... Ja, ist so. Aber... Albanische Musik kennen wir eigentlich beide schon. Ja, genau. Aber diese Lieder sind mir, glaube ich, noch nicht bekannt. Und deswegen reagieren wir jetzt trotzdem auf die Lieder. Das erste Lied ist von Sambra und Kida und heißt Lila. Das sieht mich saugeig. Das ist Werbung. Scheiße. Hä? Deutsch. Ja, lass einfach... Also, sie meinte, dass es so ein Mix ist. Das ist bei den neueren Liedern anscheinend so. Okay. Die sieht irgendwie aus wie Loredana. Ja, und das Musik ist auch voll schön. Das ist wirklich entspannt. Also, ich finde das Lied schön, aber es ist nicht meins. Das ist kein Lied, was ich selbst anmachen würde und sagen würde, oh, mach Lila an von Sambra und Kida, weil ich das so feiere. Wenn es so zum Beispiel in einer Bar oder so, oder Shisha-Bar läuft oder so, dann wippt man mit und denkt, ah ja, das kenne ich. Aber so selbst anmachen würde ich es nicht. Na, ist jetzt so wie sie. Also, das ist ein Lied, das läuft im Hintergrund. Genau. Und es ist nicht schlecht. Genau. Ist aber auch nicht so, boah. Ja. Das ist, was ich meine. Okay, nächstes Lied ist von Kida und Dardan, das heißt Pahle. Das wäre unser Lied. Tausendmal besser als das andere. Das ist, glaube ich, auch nur albanisch, gell? Warte, wir hören mal. Okay. Ja, das Lied mag ich. Das ist auf jeden Fall unser. Ah, jetzt Deutsch. Das ist auch für Deutsch. Ja, aber Dardan, der macht Deutsch. Der, der redet Deutsch. Deswegen. Aber ja, das Lied war wirklich nice. Nächstes Lied ist von Kida und es heißt Mali. Okay. Ich kenne sie. So schön. Ich kenne sie. Ja. Ja. Wow. Das ist wirklich schön. Ey. Vor allem, ich verstehe kein Wort, aber ich fühle. Ja, aber wieder. Oh, das lade ich mir runter. Safe. Mit dem zweiten. Nächsten Lied ist von Taina und Musik und heißt... Edelti, genau. Der Beat gefällt mir. Ja. Also, das Lied war auch sehr gut, aber es war nicht wow, geil, wunderschön. Ich glaube, das ist so ein Lied, da muss man den Text verstehen, um mehr zu fühlen. So, der nächste ist wieder von demselben und es heißt Kiki. Ja. Ich hab's mir voll anders vorgestellt. Ey, Leute, das Intro von dem Lied, Doesn't Do It Justice, man denkt, jetzt kommt voll sowas, okay, aber es ist richtig cool. Und dann kommt der Beat. Ja, also das Intro, Alter, hat die echt nicht schlau ausgewählt, weil so skippt man das eher für mich. Ey, sie sagt, für Stefan ist Marie, eine für das Niki. Also, ich finde das Lied gut. Das hat mir wieder so gefallen wie das zweite Lied, wo der Beat gedroppt ist und wir dachten, ey, deswegen. Das ist eher so meine Richtung. Ja, genau. Nächste Lied ist von Azed und Durata. Nächste Lied ist von Azed und Durata. Und heißt Fajet? 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 Fajet. Also, ich fand das Lied auch mega gut. Es ist auch wieder so meins. Ihr wisst langsam was ich mag. Ja. Genau. Das nächste Lied ist von Taina wieder und heißt Bass. Wenn da jetzt kein Bass drin ist, maybe go. Okay. Ja. Vielversprechend. Ja. Ja. Boss. Boss. Ey, ich finde dieser Beat, der geht richtig durch meinen Körper. Ja. 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 Klar. Du hast partout gesehen überhaupt nicht 이게ppen프로 mal funktioniert. Dann haben wir circa-alsamand.. Verbore Mentalhistorie. harmedlle Apparently. Ja. Ja. Ich finde das Lied wirklich sehr sehr gut gefallen. Das ist das, das dritte. Ach, das zweite, das dritte und das. Nächste ist wieder von ihr und heißt Wtf. Ivorium Ich mache Drill Ey, 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 das ist mein Ey, ey Aufschöpfen 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 Kanada Tim would definitely recommend I have nothing to add in here Alles gesagt, also ich fühle Ich fühle es einfach Das lade ich mir runter Das nächste ist von Ledrivula und heißt Donnu Es ist sehr gut Es geht ab Sommer, Sonne, Strand Aber Ich würde es eher so beim Picknicken Im Hintergrund hören als im Auto Obwohl es gut ist Aber ich würde es irgendwie trotzdem nicht anders machen Ich glaube, weil es so ist, wie viele andere Lieder auch Wenn es kommt, mag man es Aber es ist einfach so ein bisschen Wie alle anderen Sommerlieder Ich muss ganz kurz noch machen Nö, mir gefällt es Ich finde es ist gut Also es ist gut, sehr gut Ich fühle es, dieser Beat Damit kann man eh bei mir nichts falsch machen Also wenn es so mich an Sommer erinnert Auch wenn ich den Sommer nicht mag Aber wenn es mich an so Karibik und so erinnert Dann ist es voll meins Nächstes Lied ist wieder von Taina Und Daffi Sekiri Und heißt Bye Bye Und das ist das letzte Lied, so stay tuned Hey 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 Woher wusstest du das? Nein, ich habe nur Scheiß gelabert Aber das war ähnlich Ich habe nur Scheiß gelabert Aber das war ähnlich, gell? Uh Ich habe nur geguckt Das ist immer noch das zweite Lied Ich habe nur geguckt Better do or wait no king Taina Okay 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 Ganz kurz Wie kommt man von so einem Lied? Moment Ah Da spielen die Basketball Alexa Fuck'em up Okay Alexa Fuck'em up sis Ich mag das mehr Taina 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 Can't you see Sorry aber der zweite Teil tausendmal geil Das finde ich aber auch Der zweite Teil bros Wie war der? Okay Der zweite Teil war wirklich besser als der erste Aber der erste war auch schon sehr 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 gut Weil wir haben schon da so Ey Und dann kommst du noch besser Ja Also Das waren jetzt eigentlich sau die ähnlichen Sänger Also da war diese Taina Taina kam sau oft Deswegen es gibt bestimmt noch Taina Schreibt es gerne in die Kommentare Because we are gonna make a part two If you want to Mir haben die Lieder sehr gut gefallen Da gab es vielleicht nur zwei jetzt Die uns jetzt nicht so gut gefallen haben Ja genau Zwei Aber alle anderen waren richtig 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 gut Also dankeschön Ich kann meine Playlist jetzt erweitern Ist so ich liebe diese Reaction Videos Weil ich habe schon so viele Lieder Was ich am allermeisten noch höre Ist ähm Von der türkischen Reaction sogar eins Das höre ich am allermeisten von allen die ich jetzt runtergeladen habe Ja ich von der griechischen höre ich zwei richtig richtig gerne Und